Hallöchen! Es ist vollbracht! Manche haben es bei Facebook schon gesehen oder auch auf YouTube gesehen. Ich habe ja im August bei einer Freundin ganz viele Tage auf so einem Sessel verbracht und habe meine ersten Videokurse aufgenommen. Und der erste ist auch schon online und den möchte ich dir jetzt einmal erläutern und was da so drinsteckt. Das ist der Selbstliebe-Schnupperkurs und der ist auch ein Geschenk von mir an dich, weil ich einfach möchte, dass die Selbstliebe in dieser Welt immer mehr zunimmt, deine Selbstliebe für dich immer stärker wird. Weil ich weiß, wenn wir uns selbst lieben, dann haben wir keinen Grund mehr, andere anzugreifen oder in Konkurrenz zu treten. Weil ich dann, wenn ich mit mir bin, wenn ich für mich da bin, dann bin ich in der Fülle, dann bin ich in der Kraft. Und deswegen ist es mir so ein Herzensanliegen, die da einfach die Möglichkeit zu bieten und mein Wissen und meine Erfahrungen, die ich über viele Jahre gesammelt habe, einfach weiterzugeben. Und das ist so aus zwölf Jahren Praxiserfahrung in meiner Heilpraktikerpraxis und auch 20 Jahre meines eigenen Weges stecken in diesen Kursen drin. Jetzt ist wie gesagt erstmal der Schnupperkurs online. Der ist auch wie gesagt ein Geschenk. Und im Oktober wird dann der 30 Tage Intensivkurs rauskommen, wo du noch, wenn du magst, viel tiefer einsteigen kannst, wo du 30 Tage Impulse bekommst und 30 Übungen auch hast, um das ganz praktisch umzusetzen. Und der Schnupperkurs ist sozusagen so, da kannst du einfach schauen, ob meine Art was für dich ist und du erhältst ja viele Impulse, wo du einfach schauen kannst, dass du deine Selbstliebe, dass die immer mehr wächst, dass du die immer mehr entwickeln kannst, in immer mehr Bereichen, dass die da sichtbar wird, für dich spürbar wird. Und da gibt es auch jedes, zu jedem Impuls gibt es immer die passende Übung dazu, weil das bringt dir nichts, wenn du dich berieseln lässt und dann aber nicht irgendwie ins Handeln kommst. Weil Selbstliebe ist wirklich was, was praktisch umgesetzt werden muss, sollte, also was sozusagen du lebst, ja, was auch, da ist es auch nicht irgendwie so ein Ende abzusehen. Die Selbstliebe kann man immer, immer weiter wachsen lassen, ja. Selbstliebe heißt für mich, für mich da zu sein, für mich einzustehen. Wenn alle gegen mich sind, dann bin ich noch für mich, dann bin ich für mich da. Ja, diese Stimmen, diese Kritiker im Kopf, die immer mehr auszuschalten, die Perfektionisten, die uns im Wege stehen im Kopf, der Perfektionismus, den liebevoll zu umarmen und zu verwandeln und zu etwas Lebbarem zu machen, wo es mir gut geht. Ja, und dafür dient dieser Kurs. Schau einfach mal rein, findest alle Informationen in der Infobox und wie gesagt, ab Oktober gibt es dann die Extended Version, ein wirklich sehr intensiver Kurs dann, wo ich auch in, ja, schwierige Bereiche reinschaue. Das mache ich auch in dem Schnupperkurs, weil der Schnupperkurs ist quasi wie so die kleine Version, die Kurzversion. Ich glaube, das sind so sieben Lektionen und das andere werden dann, wie gesagt, 30 Lektionen sein. Und ja, einfach da wirklich in jeden Bereich zu schauen und auch die unangenehmen Seiten anzuschauen, wo es dann um Selbsthass, um Opferrolle, um Narzissmus und sowas geht. Und das schauen wir uns da alles an und finden den Weg zur Liebe. Also, wenn es für dich interessant klingt, dann schau doch einfach mal rein. Kannst dich kostenlos, wie gesagt, anmelden und das ausprobieren ohne Risiko. Und ja, ich freue mich über dein Feedback und wünsche dir alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen, sei gut zu dir und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!